Ja, liebe Hülterfreunde, Radwechsel bei Bauer Hause, hier ein neuer Null, der alte war kaputt, wird amontiert an meinem Wagen. Von der Werkstatt hatte ich da ein Ersatzrad im Einsatz, das wechsle ich jetzt, dieses hier Ersatz. Das ist ein Ersatzrad. So. Radgewickelt. Wieder ein schönes Profil. Der wird wohl sicher sehr teuer sein. Ein Michelin. 340, 65, 18. Im Vorschau nächster Video Fendt 820 mit Glas-Ladewagen bei mir im Einsatz. So. 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 So.